Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, we are now approached of airport Kopenhagen. Wir landen nun in Kopenhagen Flughafen. Vereinzelt sieht man schon ein Sportchen hier. Das ist wahrscheinlich Kopenhagen unter uns. Eine grosse Kurve. Ego haben wir mit dem die Eberflüge. Die Title der Rabannungen gibt. Die Eberflüge haben wir auf jeden Fall. Vierflüge. Deine Eberflüge. Vierflüge. 1 bis 2 bis 3 bis 5,6 bis 7,6 bis 7,7 bis 8,6 bis 9,6 bis 9,6 bis 10,7 bis 9,8. Ich glaube, wir sind übel und mehr. Vielleicht auch da über Kopenhagen. Jetzt bist du verrückt, FK. Was? Zehn Jahre ist es Barcelona. Wir hatten 20 Match. Wir hatten sicherlich 40. Wir hatten in jeder Klasse zwei Reihen. Vor allem haben wir gerade 20 gemacht. Wir haben immer noch jemanden verletzt. Wir sperren oder so etwas. Wir sind auf dem Gebiet von Kopenhagen Airport. Happy Landing in Kopenhagen. Der TSV St. Ottomar ist gut gelandet in Kopenhagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Scandinavian Airlines. Meine Damen und Herren, willkommen zu Kopenhagen. Ich denke. Für Sikkerhedsmasse i Handtrain bedes du beholde Sikkerhedsbæltet spændt, holde stolryggen og bordet opslået, holde middagangene og neddagangene fri fra håndbagage, indtil skilter med Sikkerhedsbæltet er slukket. Det er nu tilladt at slå flight mode fra mobiler og andet elektronisk udstyr. Når du åbner bagagehylden, så gør dig forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Inden du får lavet flyet ved, så tjekker sædet om bagagehylden, så du ikke efterlader noget ombord. Røgningen er kun tilladt i røgningen. Røgningen er først tilladt, når du befinder dig i rygeområdet. Hvis du har afleveret at holde bagagen uden for flyet før afgang, vil du simpelthen huske at tage denne bagage ved igen, før du går ind i terminalen. For den egen sikkerheds skyld, og på grund af Lufthavns bestemmelser, bedste vente ved flyets trappe. For tænende besætning håber du aften behagelig rejse med SAS og Starlines. Vi siger tak for denne gang, og håber på et snart gensyn. Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fasten. Keep your seatbelt and table upright. There are a lot of emergency access for your cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Mobile phones and other electronic devices may now be used. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pocket and overhead compartment, so that you don't forget anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. If you left your cabin baggage outside the aircraft before departure, please remember to pick it up before entering the terminal. For your own safety and airport regulations, please wait by the steps at the forward exit. Captain and crew, hope you had a pleasant flight with SAS and Starlines. Thank you flying with us today and welcome back again soon.